So, da sind wir auch schon wieder. Willkommen zurück. Hi! Und, ja, wir gucken uns mal. Es meint mich an einem Dahlhaus, den ich damals hatte. Ich meine meine, ähm... ...Sister, damals hatte. Irgendwie gemein. Nice map! Not for sale, doch. Hm, schade. It's a pile of blank paper. Okay. Oh! Wir haben Papier. Wir haben Papier... ...und eine Schaufel... ...und einen Stock. Ja. Wir haben noch nicht alles mit dem Chef verredet, hier. Mit dem Chef vor allem. Mit dem Barkeeper? Ja. Reden. Ja, Hauptsache reden, damit er aufhört mit seiner... Wie läuft das Geschäft? Wie läuft das Geschäft? Wie läuft das Geschäft? ...und ein Ding... ...that could really do this island some good. What's that? A voodoo doll of Largo Legrand. You there! ...die... 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 ...gar Snapchat? Largo's been here! That's sick. I don't wanna touch it with my hands! Can I just try it? Jaa. Also wir brauchen irgendwas, damit wir die Spucker aufwammeln können? Ja. Dann schauen wir uns erst mal weiter um. Hier geht's ja noch weiter. Da waren wir ja schon. Dann gehen wir zu dem, Chef. Hm. Da erkennt man die besser wieder. Ja, das stimmt. Unsere drei Freunde von Midi Island. Die Männer mit fragwürdiger Moral. Ja, und jetzt sind die Männer ohne Moral. Ist das wieder deren Ratte? Ja. Warte. Nice. Öffnen. Nochmal gucken. Nice. Hä? Nehmen. Es ist nicht in meinem Schachtel. Hä? Was ist da drin? Nichts. Es ist einfach nur ne schöne Schachtel. Einmal. Es ist einfach nur ne schöne Schachtel. Es ist einfach nur ein Schachtel. Nehmen. Hey, lass das alleine. Sorry, ist das dein Schachtel? Nein. Nein. Also, du wirst es nicht sein, wenn ich es nehme? Ich glaube nicht. Okay. Entschuldigung. Ah, lang nicht gesehen. Zeit lang nicht gesehen. Nein. Ich bin Guybrush. Das ist auch Ratte. Ja. Ist das dein Ratte? Ja. 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 Dein BASA Tö Ja. Ja. Ich subscribersули Seite. Ja. Da. Ja. 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 I think you're overlooking the potential symbolism to be gained by your closeness to the earth. Um, but... Alright, you got us. We're really up here because... Well, we're afraid to come down. What? What's the word for it, Frank? Uh, uh, hmm. Roundophobia? It's the opposite of Acrophobia. Something like... Orkaphobia. Hm. The next is the game. The fear of killer whales? Say what you will. We're not coming down. Okay, there's something different in English. Yeah, probably because of Orkaphobia. Oh, Orkaphobia, yeah. Yeah. And the fucker? Yeah. What happened to your leg? It happened during a performance. When he lost the leg, Frank was brilliantly showing the inseparability of the path man walks from the food chain. The symbolism of the cheese was essential. You know, this leg is looking sort of dingy. Would you get some polish over at the woodsmiths and polish it for me? Give me money for the polish. Okay. Okay. See you later. We can scarcely contain our anticipation. That's good. Yay! Not responsible for lost buttons or hooks. Mm-hmm. No, we don't clean leather. Okay. What's your... Not responsible for stains left on clothing. Mm-hmm. What do you know about Largo Legrand? I don't know anything about cargo or contraband. I'm clean, clean, clean! Who are you? Sure, Sonny, I can get out, Stu. That's easy. I can also extract grog, spit, and swamp mud. That's because I'm mad, Marty. I'm mad about getting your clothes the cleanest they can be. Hmm. I'd like to pick up some clothes. You have your claim ticket, Sonny. Hmm. I dropped it in my grog, and it melted. Log-welted it? Well, now that is a good excuse. But I can't give you your clothes without a claim ticket. Oh, Sonny. I've got a laundry-type question. Shoot. Would you be able to get out ketchup? Get out ketchup? What do you want me to do? Uh, nothing. Oops. I thought I wanted to talk to you, but I don't. Ah, der hat hier... Ja, der ist schwerhörig. Ja. Ja. Dann, gehen wir mal zu dem Chef. Mhm. Alt? Ja. Oh, isn't that cute? I could lose a finger doing that. Ach, come. I could lose a finger doing that. Ja, okay. Okay, meine Fresser. Seil. Sonst, dann... Ja. Reden. Ach, das... Ach, das... Excuse me. I'd like a room, please. Sorry. We only have one, and it's full. Nice. Nice. Immer nice. I don't think I'd get away with that. Nice? Hmm. Hmm. Only one guest. Yes, but that dang Largo eats like 30. I have to have a room first. Hmm. Hold it right there. That's a private room. No going up there. Schade. Können wir mit dem Seil irgendwas machen? It's tied to the post. It's securely fastened. It's securely fastened. You must es wahrscheinlich irgendwie zerschneiden. Jo, hier können wir scheinbar nichts mehr machen? Hier erst mal dich. Können wir da von außen reinklettern? Kann man ja mal gucken. Ah! Excuse me. Hey, don't bug me. I'm cooking. Okay. It's a cold potato and leek soup. Oh, hört sich lecker an. Ech, it's all cans of fruit cocktail. Nimm wir mit. I hate fruit cocktail. Ah! Können wir... Da brauchen wir wahrscheinlich einen Topf, wenn wir was von der Suppe mitnehmen wollen. Oder wir müssen es erst warm machen oder so. Oh, das war gut. Aber, mir fällt etwas ein, was ich vergessen habe. Kommt mal rein. Ah, ja. Da hat er gelbe Handschuhe an und so. Oh, da auf! Ja. Vielleicht ist es auch noch mein Eis. Mhm. Ach so, da fällt er nicht hin. Oh, schade. Aber, wir haben ein Messer. Stimmt. Schneiden wir einen Alligator los. Das ist bestimmt eine gute Idee. Ja. Vielleicht könnten wir ihn dann mitnehmen. Ja. Ich will haben. Alligator. Ein kleiner Alligator. Aber hier sieht er mehr nach Alligator als im alten. Ja. Hier sieht er aus wie so eine normale Echse. Ja. Was macht der Typ da eigentlich die ganze Zeit? Da sieht es aus, dass er irgendwelche Papiere stapelt oder so oder sortiert. Ja. Und da sieht es aus, dass er von irgendwelchen Sachen rumreißt. Ja. Aber sein Bad ist hier episch. Ja. Malten geht. Auch. Das ist aber episch. Ja. Das gibt es sehr begraben. Benutzen. Sharp. Und besser? Ja. Was ist hier drin? Schlüssel. Dann nimm alle. Ich brauche nicht mehr. Achso. Können wir jetzt da rein? Ach, mit dem Käse könnte man bestimmt die Ratte füttern, oder nicht? Gute Idee. Äh. Irgendwas, was man durch, können wir das durchsuchen? It's empty. Scheiße. Wer let you into my room? I, uh, thought it was my room? Well, it ain't. So get the f*** out of here. Okay. Aber wir haben Käse. Ja. Boah, der Typ macht mir so Angst. Ich mag den nicht. Ja. So, jetzt gehen wir zur Ratte. Ja. Aber die Ratte konnten wir eben schon nicht auswählen. Können wir nicht? Da ist Ratte. Was ist das? Können wir irgendwie mit in die Schachtel Käse nehmen? So. Ja. Dann. Und jetzt nochmal auf. Nice. Nice. Warte mal. Nice. Nice. Benutzerstock, nicht? That doesn't seem to work. Hm. Willst du eine Rattenfalle bauen? Ja. Vielleicht brauchen wir noch ein Seil. Das kann sein. Aber Käse war scheinbar richtig für die Ratte. Ja. Ah, das war nicht der Typ. Das war der Kartenzeichen. Wir müssen ja noch Politur holen. Hm. Nein, nicht zum Schild. Ich will gehen. Oi. Irgendwo war doch... Achso, die Art der Seillacke. Oh, das wird das haben wir los. Jo, dann, äh... Nein. It says Woody. That's me. Achso. Einfach reden. Über mich. Yeah? Could I buy some wood polish? That's one piece of eight. Anything else? I'd like to look around a bit. Sure thing. Okay. Dann geht was. Oh, no, you don't. I need all of them. Ja, okay. Man kann es ja mal versuchen. Dann gehen wir mal das Bein von dem einen Typ polieren. Ja. Thanks. Here's a piece of eight for your trouble. Okay. Cool. Wir können uns ja noch auf der Insel umgucken. Ja. Wir müssen uns einen Timer stellen. Wir sind ungefähr bei 20 Minuten. Ja? Mhm. Dann, würde ich sagen, gucken wir uns das hier nochmal in Alt an. Mhm. Sehr schön. Und beenden dann jetzt hier so auf der Insel die Folge. Mhm. Und gucken dann, wo wir dann als nächstes hingehen. Bis dann. Tschüss. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020